hallo was machen sachen ja ein kleines vorwort bevor wir zum eigenen video kommen eine kleine aufklärung dass es nicht zu missverständnissen kommt ich dachte es wäre nötig weil ich habe das bild schon einigen gezeigt die waren ein bisschen verwirrt ich habe ein neues vtuber modell gemacht oder ein neues modell an sich es funktioniert jetzt auch als youtuber weil ich es in vrm konvertiert habe um es in dem live video laufen zu lassen das ist das programm das ich nutze um halt den song und die tanzbewegung aufzunehmen das funktioniert mit dem vrm datei was auch genutzt wird für youtuber ich habe das nur zum spaß gemacht das ist nicht böse gemeint das avatar ist von einem youtuber vielleicht kennen den ein oder anderen vielleicht schaut auch gerade zu wer weiß von salami er hat so einen lustigen kleinen avatar so ein kleines maskottchen so ein belegtes salami brötchen und ich fand den avatar einfach irre lustig und wollte was im blender modellieren und hatte so die idee ja warum nicht und ja genau das habe ich getan ich blende auch noch mal bilder ein hier einmal das profilbild da das ja nur der kopf ist habe ich das mir als inspiration genommen und halt einen kompletten körper dran gemacht und dann das ganze in blender modelliert gewickt ein paar blend shapes rein gemacht dass er halt ein bisschen singen kann und dann halt mit unity in das vrm format konvertiert und in das programm vrm live viewer gemacht dass er ein bisschen singen und tanzen kann weil ich die idee einfach lustig finde und wie gesagt das ist nicht mein avatar ich gebe den avatar nicht weiter außer an den youtuber weil es ja quasi sein maskottchen ist wenn er es denn haben möchte nicht dass es hier zu verwirrungen kommt das ist nichts was ihr von mir so erhalten werdet wie den slime zum beispiel oder halt alles andere alles was ihr quasi erwerben könnt entweder über mein buch kanal demnächst will ich ein bisschen gucken dass man auch über twitch punkte sich ein paar modelle kaufen kann oder erarbeiten kann aber da muss ich noch mal gucken wie genau ich das mache also ich denke das ist der aufklärung genüge getan dann viel spaß mit der kleinen tanzeinlage und ja man sieht sich wundern wundern Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020